Okay, der letzte Teil von Dead Space. Isaac! Na sicher doch, Geliebte. Hab ich da noch Muni? Nein, hab ich nicht. Doch, hab ich noch. Juhu. Ich werd's jetzt durchspülen. Das letzte Kapitel auch noch. Wie viel hab ich da noch? Munition? Zwei? Ach ja, dann zwei. Ich dachte, ich hab bloß noch zwei. Äh, was? Lade offline. Wunderbar. Wo ist eigentlich der Scheißmarker? Hä, was muss ich eigentlich... Ich hab nicht zugehört, verdammt. Hä? Ich hab jetzt... Och nein, ich hab vergessen, was ich machen muss. Ja, der ist offline. Hä? Offline. Ist nix online. Hä? Gehst du wieder an oder so? Ja, gut, nehmt auf. Entschuldigung. Äh, warum... Warum... Warum ich und nicht du? Äh, warum du und nicht ich? Oder so. Hä? Ich will doch bloß hell? Hä? Ich will ganz oft hell sorgen. Ähm... Gut. Äh... Ach, ich muss... Ah, jetzt verstehe ich. Ja, kapische. Sehr viel kapische machen. Ich will jetzt mal das Ding da... So. Und jetzt... Lauf! Lauf, mein kleines Kind. Lauf! Wir haben's gleich geschafft. Wir haben's ja sowieso gleich geschafft. Es ist doch bald vorbei. Hä? Ach so, es ist schon offline... Äh, online. Jetzt geht gleich das Ding da auf und dann kommt ein Clown raus. Hä? Ach ne, oder auch nicht. Ist ja voll scheiße. Wie automatisch das geht. Ja, leckt mich am Arsch, ey. Wie cool. Als ob das Ding bloß dafür gebaut worden wäre. So nen Marker... PREWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEHXN Das war ich nicht. Zu bewegen. Das war ich aber wirklich nicht. Aber wirklich, wirklich. Hä? Na und jetzt so. Achso. Ganz klar. Yeah. Das ist ein bisschen beunruhigend, dass er jetzt nach unten schaut, weil ich weiß nicht, ob da Gegner kommen, aber da kommen bestimmt keine Gegner im Weltall oder so. Nein. Auf dem anderen Planet bestimmt nicht kommen da noch keine Gegner. Wo muss ich hin? Aber da hinten ist ein Speicherpunkt, das weiß ich. Ah, ja. Wo ist dann? Äh, nein. Und genau das dachte ich mir, dass jetzt da was fehlt. Dann geh ich mal rein in das Haus. Ohne mehr. Das weiß ich noch so gut hier, hey. Was passiert denn jetzt da? Ach, das ist bestimmt... Scheiße. Na ja, schon. Ja, ja, ja. 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 Die redet davon, als ob ich mit dem Marker gar nichts zu tun oder ob, als ob ich mit ihr überhaupt nichts zu tun und als ob ich die Twindermaus nicht sehen würde jetzt da, also. Wollt ihr mich verarschen oder was, ey? Komm. Die eine klebt an der Wand da hinten. Ganz unerfällig natürlich. Ganz unerfällig. Was ist denn hier drin los? Oh, Kasten. Zertreten. Mein Keks? Ich hab grad meinen Keks gehört. Ja, mach's auf. Mach's auf. Die Tür, mach's auf. Oh, mein Gott, ey. Bastja. Super, ich mach mal... Nein, das mach ich noch nicht. Ich kaufe mir erst mal ein Level 5er Anzug. Yeah, yeah. Level 5er Anzug. Erst mal den Ping-Schatz verkaufen. Wo ist er denn? Oh, Ping. 30.000. Yeah, ja. Es gibt immer Ping. Bäm. Bäm, Bastard. Oh, er plättert jemand. Boah, 25 Kanülen. Cool. Okay. Jetzt erst mal meinen geliebten, heißgeliebten Level 5er Anzug. Ich kann's gar nicht. Okay. Ich drücke. Magic. Oh, yeah. Es wird cool jetzt. Es wird so ewig cool. Let's do it, Spocky. Schmeiß mich zu. Boah, der schaut ja genauso aus, ist es. Er hat riesige Boots. Wie vor Kiss. God of Thunder. Wow, knacken hinteren Isaac. Isaac heißt er. Isaac, genau so heißt er. Aber wen noch? Keine Ahnung. Okay, und was kaufe ich mir jetzt noch? Was für geile Sachen? Ja, auf jeden Fall, Muni. Jetzt habe ich ein bisschen Muni. Ich brauche Stays nicht. Wofür brauche ich Stays? Na gut, die könnte ich... Ach, die drei Stücke, die kann ich auch wieder... Plastenergie habe ich jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf mal 25 sind... Fünf mal 25. Verdammt, 125 sind das genau. Wenn man genau sein will. Impulse-Projekte, ne? Boah, so eine kleine Anzahl auch nicht. Ich habe noch so... Habe ich noch viel Platz? Ich weiß nicht, wie viel Platz habe ich denn noch eigentlich? Ich habe auch noch einen Knoten. Habe ich einen Knoten? Oh my God. Ich hoffe, da tut mir nicht weh. Wo ist mein Knoten? Kann ich den nicht verkaufen? Wow, ich kann keinen Knoten verkaufen. Dann kaufe ich mir einfach einen Knoten. Wo ist er? Mein Knoten? Energie-Knoten. Kaufe ich mir. Und ich kaufe mir einen Medipack. Groß... Nein, kaufe ich mir lieber zwei kleine, oder? Oder einen großen? Nein, großen. Und ich kaufe mir noch ein bisschen... Naja, ich kann halt nicht anders, ne? Und da auch nochmal... Äh, nein, die nicht. Okay. Und jetzt nochmal... Ach, noch. Ach, war ich... Mir soll es doch... Also, eigentlich, ja. Ist mir doch egal. So, jetzt habe ich genug gekauft, glaube ich. Und wie viel habe ich jetzt? Ungefähr 3.000. Ja, das reicht, glaube ich, jetzt ein bisschen. Perfekt. Äh, gematched. Gemanaged. Gemanaged. Ich bin der Manager. Ich bin froh, dass es bald vorbei ist. Okay, das ist ausgebaut. Das ist immer... Mein Rigg. Könnte besser sein. Luft ist ein bisschen wenig. Aber ich nehme ein Impulsgewehr und hau da Schaden drauf. Und 55 Kapazität. Wie viel Kapazität kann man da haben? 175 insgesamt. Okay. Okay. Somit habe ich ganz viel Munition. Spiel ohne Cheats. Nix piept oder so. Und... Bin im letzten Level. Freut mich sehr. Todtraum. Todtraum. Eigentlich bin ich noch tot im Weltall. Ist ja egal. Und... Hast du dich berot bewegt? Nö, heute nicht. Das hört sich aber schön an. Nö, nicht, oder? Warum ist da ich mal nachschauen? Stirb. Stirb, Terry Fletcher. Stirb. Hahaha. Da ist noch eins. Komm. Stirb. Böses, böses Tierchen. Böses Tierchen. Wenn ich dann da hinten bin... Da hätte ich eigentlich gerade gleich hingehen können. Aber da gehe ich nicht hin, weil das voll scheiße ist. Da hängen Menschen an Haken. Die hakenden. Die haben ja gehakt. Und mir fallen jetzt gerade so unglaublich schlechter Witz ein. Das müssten wir fast aufnehmen. Ha, ein Glück. Gehst du rein? Okay, und der Teil hier, da ist jetzt echt beschissen. Beschissen, 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 beschissen. Könnte man sagen. Ich muss das jetzt die ganze Zeit mit meinem, äh, Stays bewegen. Und das ist gar nicht schön. Und da kommen immer Monster und so und das ist gar nicht schön, ne? Steuerung. Warum bist du offline? Halt die Fresse. Ich kann da auch nicht lang, du bist scheiße. Hä? Ich bin verwirrt, verdammt. Ach so. Oh mein Gott. Ich muss das echt die ganze Zeit ziehen jetzt. Das ist echt überhaupt nicht nervig. Also alle Gegner töten. Äh. Das war ich auch nicht zweimal. Jetzt geht das zu. Dann geht das da auf. Oh mein Gott. Das ist echt doof. Aber na gut. Letztes Level. Dann lasse ich mir schon mal eingehen. Was doofes zu machen, ne? Ja wunderbar. Wenn das geöffnet ist. Was gibt es denn am besten als eine geöffnete Bar? Ach, das ist auch schon das, da wo die ganzen Scheißviecher sind. Schön. Das ist jetzt echt, ähm, behammert. Beknattert. Beknattert, genau. So hieß das schöne Wort. Beknattert. Quarantäne. Ungefähr drei Millionen. Aber der ist tot. Und das ist auch völlig egal. Kann ich da hinten speichern? Ja. Bäm. Zwei Kädels. Zwei Schüsse. Da ist das nächste Vieh. Bäm. Hallo, stirb einfach. Autschi. Von hinten. Niemand ist schneller als ich. Das alle bei mir da hinten sein müssen. Das nervt mich ein bisschen. Nein, das reicht noch. Ja, das ist schön, oder? Das ist wunderbar. Ja, das ist wunderherrlich. Das ist mir gerade scheißegal. Okay. Weißen zwei sind nerven die. Ja, scheiß drauf. Ne, helf. Ich steche auch, mein Freund. Mein Frumpel. Hinter mir ist eins. Ja, ja. Ach, ist das nicht herrlich, mit seinen Freunden so zu spielen. Genickschuss. Und Armsschuss. Hinter mir ist wieder eins. Nein, doch nicht. Ich nehme die Energie. Nehmt nur mal drei, mein Lord. Es liegt so viel Energie rum. Ist es nicht wunderbar, wenn so viel Energie rumliegt? Ha, 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 ha. Hm, okay. Okay. Ne, ich bin völlig entspannt. Niemand könnte jetzt entspannter sein als ich, würde ich jetzt mal schätzen. Hä? Sollst du, du sollst aufgehen? Schön. Jetzt muss ich wieder nach rechts. Nach rechts. Äh, oh, ne Stase. Äh.